Du kannst deine Hand nicht kontrollieren ab jetzt. Deine Hand macht komische Dinge. Ich hab so über das... Ich hab wirklich momentan richtig kranken Struggle. Weißt du, was ich meine? Weil das Ding ist, ich hab... Rede ganz normal und deine Hand macht so komische Wellenbewegungen an der Seite. Die muss sich nicht mal berühren. Meine rechte Hand, die macht gerade die ganze Zeit so ein bisschen, was sie will halt. Mach doch weg aus dem Bild. Scheiß drauf, dass die weiter weg ist. Das kenne ich von meinem Hals, Digga. Ja, Bro, ich muss halt immer... Gucken, dass... Oh, der war's knapp. Wahrscheinlich, der war links. Ja, Bro, was machst du gerade so schönes? Ich versuche gerade, meinen Hals ein bisschen auf der Kartalle zu kriegen. Ich hab das mit meiner Hand gerade so übertrieben, Digga. Kannst du mir da vielleicht irgendwo... Nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. Ah, nicht jetzt. Digga, ins Auge, what the... Oh. Digga. Ich muss weiter, Bro. Und riech da dran und dann sagst du... Oh nein, oh nein, nicht so riefen jetzt. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh ja, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, laut. Oh nein. Oh, Bro.